Hi Leute, ich bin heute im, wo sind wir? Eko-Musee in Sack den Ort. Die Schwede. Die Schwede, äh, im Elsass. Es ist sehr schön hier, das ist eben so ein Breitig-Museum wie Fuchsbauernhöfe bei uns eben. Aber dafür eben im Elsass und ein bisschen größer mit viel mehr Sachen. Und ich wollte, dass ich jetzt so ein kleines Infovideo, weil ich kann immer noch nicht schneiden. Ich habe kein Schneideprogramm, das heißt, ich kann noch keine Sachen zusammenschneiden, keine Videos. Deswegen kommen so einzelne Teile immer, ja, bevor hier jetzt so noch mehr Leute ankommen, beende ich das Video, bevor ich hier noch irgendwie filme, der nicht gefilmt werden will. Man sieht mich nicht, aber egal. Ich trinke jetzt meinen wunderschönen Fuse-Tee und dann gehen wir weiter.